Hey Leute, es ist wieder Romachi, heute spielst du vonderschön gespielt. Piratecraft, zusammen mit Jonas TV, das bist du. Mein Freund haben es kurz gespielt, aber alle haben das Spiel verlassen. Von den Gegnern? Wir sind zu viert gegen zwei. So viel verlassen habe ich nicht. Ich werde schnell Angriff sind. Jetzt Axt, Spitzhacken, Schwert, komplette Rüstung, etwas Essen und ein Haarglöcke. Axt, Spitzhacken. Schwert brauchst du auch. Ich glaube ich baue die linke Kiste ab. Ist das eine gute Idee? Weisst du nicht. Ich habe die Klinik. Ich habe sie abgemacht. Ich weiss nicht, der eine geht schon in den anderen. Ja, sobald ich abgeschickt, Spitzhacken. Kann mir jemand... An, du schreibst an. Die kann man wohl nicht abbauen. Gib mir Stass. Was? 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 Ja. Wir sind letztes... Ja. Oh, es ist einfach da. Ja, los. Warum brennst du? Ja, los. Warum brennst du? Oh, scheiße. Wir haben das geschlossen. Kann ich das löschen? Ja! Werbpapier. Hast du Werbpapier? Geh weg! Ich brauche... Ja, dann nimm das Gold, du bist schon dabei! Jonas, TV und... Ich brauche Wasser! Wie nimm das scheiss Gold? Ich brauche nicht Gold, ich brauche Wertpapier! Wo brennt das bei uns? Dort hinten... Ich gehe löschen, ist gut! Dann schiefst du nicht, wenn es zu weit oben geht! Kein Unterschied! Bei uns brennt das ganze Boot ab! Nein, wenn du oben bist! Das brennt man schon! Er wird unsere Videos ansehen! Ja, da brennt es ja auch schon! Baut hier... eine... Wasser... Wand... Wege... Feuer... Und so... Was für ein Goldgib! Lass doch hier! Ich kümmer mich jetzt gerade um das Feuer! Danke! Gegenanschlag ist gut! Gegenanschlag! Macht Spass, Gegenanschlag! Gegenanschlag ist... Äh, ich muss... Das ist normal! Ich will das zum Essen haben! Ich habe nur 8 Bronzen! Ok, ich habe 64! Du kannst das in Goldmachschuhe von mir! Schmeiss! 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 Ich will schauen! Wo brennt das? Was? Nichts! Der andere ist drüben! Was ist Goldhagen? Wo brennt das bei denen? Ich habe den Schuss hinüber geschmissen! Ich bin drüben! Das ist ja cool! Ich will mich nicht schauen wegen dem Feuer! Ich kümmere mich um das Feuer! Ich könnte bauen! Ist gut! Ok, ich muss aber einfach zu essen! Ich habe so wenig Bronzen! Hier ist das hier! Was? Ich habe irgendwo einen Schloss drin! Mit Bronzen! Ich nehme jetzt eine Spitzbank! Das gibt es auch zu tun! Brennt das bei denen? Brennt das bei denen? Brennt das da nicht? Nein! Es hat gar nie! Ich habe jetzt eine Wasserschleuse gegeben! Es ist immer noch zu zweit! Dass ich mich nicht das Spiel verlassen! Sonst was lernen! Aber der ist schon bei denen! Was ist denn? Oh! Hat sich der hingebaut? Der hat schon den Riesbaut! Oh! Der hat schon kaputt gemacht! Jetzt kann es ihm übergehen! Oh yeah! Ich bin schaff... Mit der Achse kann ich schon ein Pieren mitpflanzen! Ach! Der kommt von hinten! Wo? Was? Ja bei den Leuten! Ah! Warum brennt das bei denen? Ich habe einen Kanonkuchen! Siehst du den? Nein! Das ist der bei uns! Aber die zwei rennen oben herum! Dieser aus dem Team wurde zerstört! Hast du eine Axt? Ich habe nichts! Ja ich habe eine Axt! Aber ich mache das nicht so leicht! bau dich einfach... da ist er offen... da ist er offen... da ist er offen... da ist er offen... ah da? bin ich so richtig? ja... du könntest dir auch eine Werkbank craften und dann... hat dich so gut gefallen... ich töte ihn! HALT! schein ich so... dein Scheissbuch, der ist tot! wann komm ich hier nicht hoch? es liegt wahrscheinlich einer! wo ist er? ich weiss, der ist scheiss egal... ich seh ihn... aber der hat ein Eisenschwert... wo ist er? ich habe auch ein Eisenschwert... lass mich das machen... nein, HALT! du machst da gar nichts! ich hab ihn gekillt... ich hab ihn gekillt... oh yeah... zwei gekillt mit einer Angst... ja... kurz und knapp... zweimal klar... oh yeah... dir war gut... dir war echt gut... also bis bald... bis zum nächsten Mal...